Hi Leute, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, geht doch gerne in Fortnite in den Item Shop und gebt unten bei Unterstütz1Creator den Creator Code MeinungenTV ein. Das würde nicht nur mich sehr unterstützen, sondern auch meine Arbeit finanzieren. Das heißt, ich kann mehr Zeit in Videos für euch stecken. Jetzt viel Spaß beim Video. Hi Leute von YouTube, was geht ab? Wir bedanken uns beim Busfahrer. Wir sind mittlerweile Silber1 und wir können, wir sind hier relativ nah, zu meinem Lieblingsbot, weil der hat so eine Rage-Schrot in episch, legendär, ich weiß gar nicht, wie das heißt. In der letzten Runde wurde ich am Ende von einem Alert rausgerissen, sonst hätte ich den vielleicht noch gekriegt, den Gegner. Aber ja gut, diese Runde kriegt ihr halt auch Alerts. Ich sehe es nicht so, Leute, ich habe mit diesem Alert gerade mehr verdient, als mit der ganzen YouTube-Einnahmen, Content Creator-Programm, alles zusammen von dem YouTube-Video vermutlich. Das heißt, wenn man so hohe Dings macht, darf ich auch ausfolgen. Und hallo EA Beats. Wir sind gerade übrigens live auf Twitch, Leute, also nicht wundern. Hier passiert auch Action. Okay, hier kommen echt viele runter. Wie viele sind das? Drei, vier, fünf? Waffe, Waffe, Waffe. Schnell gut ausrüsten. Überhaupt ausrüsten. Muss nicht mal gut sein. Wird mir stinken, wenn ich du wär. Für den guten Loot. Für den guten Loot, danke. Danke für die, äh, 100 Pizzes ist es? Ja. Es stinkt mir auch. War ein bisschen laut, aber ist okay. Hier sind auf jeden Fall irgendwo Gegner. Noch ist alles im Epis. Oh, sie kämpfen um den Bot, das kann mir nicht passen, weil ich den Bot ja wollte. Danke übrigens für die Leute, die, äh, auch auf YouTube liken und von YouTube oder Twitch kommen. Ich freue mich. Ich muss demnächst irgendwann, glaube ich, äh, auch bei, äh, YouTube-Aufnahmen, den, äh, Chat einblenden von Twitch. Einfach damit ihr checkt, worum es geht hier. Und ich will das nicht immer zusammenfassen, dass die, die können da unten mal in Ruhe kämpfen, ich lute hier. Sollst du das machen, wie sie meinen? Oh Gott, nein, was tue ich denn? Wo ist der? Nee, nee, lass mal. Ich, ich, ich konzentriere mich auf die, äh, Menschen. Ich würde die menschlichen Gegner absnacken. Ich, ich, ich lass mich nicht auf den Kampf mit dem Kopf reiben. Oh, scheiße. Ich, das, das war doch kein, das war doch kein Bot, der mich so getroffen hat, so ehrenlos. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Danke. Danke, dass du mich toll findest. Ich fühlte mich gerade ein bisschen bescheiden. Ich war, oh, ich bin 69, seht ihr das? Ja, Leute, äh, von YouTube, lass gerne ein Like und ein Abo da. Ich bin Platzjungen 69, das finde ich schon wieder geil. Ah, Kuss. Ich ruhige dich. Das ist sicherlich.